Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Game Runde, nämlich der fünften Game Runde, glaube ich mal, zu Mario Smash Football. Wir spielen heute mit dem Geheim Team gegen Yoshi, nein gegen Warioigi, mit den Coopers und gegen Wario mit den Toads. Dreier Team Also Geheim Team, Warioigi, ist das doch... So, ich war mal mit dem Geheim Team, ne? Die haben wir noch gar nicht gespielt. Ich weiß ich in der letzten Game Runde, wo war Mario Smash Football. Wollte ich eigentlich das Geheim Team nehmen, hat aber nicht mehr geklappt. Oh, die Donner hast mal Warioigi weg, das geht doch nicht. Oh, Gott, nein! Fuck you! Oh, was mache ich denn? Oh, ich muss mich mehr auf das Spiel konzentrieren als ähm... Oh, wer hat denn jede Schwierigkeit? Das ist ein Einsteiger, Mann! Das ist ein Einsteiger und nicht Pro Pros, Mann! Ja, komm, leck mich doch! Bam! Bam! So, geht doch! Ein Tor! Ja, weiter! So, dir legen wir Bananen hin! Ja, okay, da sieht es nicht so gut aus. Hat aber geklappt. Der Spezialspress hat geklappt. Gut. Du, 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 du. Nein, jetzt schnell schluss wollte ich nicht. So, kriegst du Bananen ins Face. Oh, Gott, Junge! Oh, jetzt nimm noch den Ball an dich, du! Oh, das geht ja alles. Das geht ja gut los. Alter! Oh! Geil, Mann! Was war das denn? Mein Gott, das war ja noch nie bei, ähm, hier. Da muss ich mein Sportball. Das war wirklich noch nie, dass ich so was geschafft habe. Das ist mein Ernst. So, du. Du, dann renn noch mal vor. Und Ballanderding drei. So, oh, wieso setzt sich den Pils auch jetzt ein? Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa-Papa. Nein. Oh mein Gott. Jetzt macht das Ding noch ein. Schenke so dass man da hinten laufen und dann erst drauf Ballern Mann war die erste drei Bananen so dann schalten wir dich erstmal aus dann rennen wir vor und dann machen wir dich verwurrt dann schließen wir dich kaputt und machen auch noch gleichzeitig ein Tor den Pilz einsetzen drauf Ballern Gott drauf Ballern und dann geht das weh weh ein kann 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 kriegst du Bombe ins Gesicht so dann noch den letzten Schuss hier und dann geht das so komm das war Bam ey Klops gegen Cooper und dann kriegst du nicht mehr die Chance noch ein Tor zu schließen ne kriegst du nicht doch kriegst du in der letzten Minute ja in einer Sekunde es wird nützt du nicht mehr ne eine Minute der letzten Minute noch ein Tor geschossen es geht doch nicht so jetzt kommt jetzt kommt Wario ne jetzt kommt Wario Bam es kommt Wario und dann noch ne Runde mit mit diesmal drei Teams wieder das ist die Game Rundung schon vorbei und ich mach Mario Kart Wii Part ja also Let's Play Mario Kart Wii und dann ja Schritt für Schritt alles vorarbeiten und dann geht das schon was ich nur mal gesagt haben das als nächstes Mal Kart Wii dran ist es ist dass es ist es ist und ja so ein Hallo Wario setzt die Bombe auch mal ein oder ist der Torwart was mache ich der ich will in meiner eigenen Leitungen ich bin meine eigene die Teams rein und das geht doch nicht oh Gott die Scheiß Trotz mein Gott so zu den anderen und drauf ballern hat er nicht nicht so gut funktioniert komm 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 no you fucking god bitch Wario oder so ich bin ich bin es gibt die doch nicht kannst du die Kräuter bei der Ekingen Scheiß Torwart Ballern also sie hat die Ball die Torwart schließen um so kann Torwart alligatoren immer schön den Ball hier damit ich schön draufziehen kann die Volk der Proben oh man so der Pilz oh Gott deswegen sollte man nie rennen so jetzt erwartet war das denn du Arsch so dann düsen wir mal zum Ball und versuchen den Rhein zu kriegen was gerade geschehen ist oder was wir gerade getan haben so wir haben zwei Tore und war er hat 0 das geht doch oh Junge hier kriegst du starken Panzer seine Fresse Fuß zur Hölle was soll das stehen kann man um 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 zu um um und da hat sie Robo bezwang heute Wario und wir verschwinden in dem wir ins Nichts hinaus wenn die Bernda wegfliegen so grandios wie wir sind der Stiftung ist zum auf dem Spiel den Einsteiger nicht wurde mal ein diesmal als ein Fieber 4 teams die er diesmal 4 teams wir spielen Welt oder den Hammer Brüder gegen ein immer die die gleichen ist ja alle die mit den Bernden und komm es mir ein bisschen zu Hause in den Mario mit den Coopers Däzzy mit den Tills So, mit dem knallharten Yoshi ziehen wir an Luigi Daisy und Mario einfach vorbei und gehen den einfach mal ihn in die Fresse ja und dann und nein, kriegt Mario den Ball in die Fresse aber so richtig ist ein ganzer Kopf wegfliegt oh, die D.K. äh, Arena ooooh oh, ja, was war das denn? da, anfangen und dann einfach draufziehen das hat doch super funktioniert, ne? so, einfach draufballern und dann geht das schon so gut wie wir sind greifen bei jedem Piepse Meter an also, wie in Bordeaux, jeden Ouija, jeden Kakausen, der auf dem Stadion rumliegt oh, Mann, sei doch nicht so Pfff äh, flink das ist so kein Wettrenn hier das geht doch nur um Tor um Tor um Tore schießen und so und ich hab mich gerade übelst versprochen so, so, fuck nein was ich dachte, der Torwart Ball uns Ball hat uns äh, den Ball zurück so, jetzt mein Gott so, nochmal gleich Prinzip Pfostentor, kennt ja jeder hat ja jeder schon mal lebt dass er einfach mal, äh an Pfosten geschossen hat und dann auch immer landet der Ball im Tor fast schon jeder von uns erlebt dafür nicht rumklar, was war das denn für den Scheiß so, jetzt hau ab Spezialschuss machen und das sieht gut aus ja 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 also gut gelungen die Spezialschuss ist gut gelungen diese, muss ich machen Pan, muss ich mal so sagen ja, und Joshi freut sich wieder, dass M äh, der Hammerbruder in der Tor gemacht hat finde mal alle toll Joshi School ja äh spielt auch in der äh, regionalen meisten in der nationalen Meisterschaft gegen den Pilz äh, Pam gegen den den, 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 den ich hab's vergessen in der regionalen Meisterschaft gegen Mario nein, das war doch nur ein Witz, man das soll zu dem Spiel hier gehören oder so pff, kleiner Scherz am Rande so Spaß beiseite und wieder zurück zum Spiel und Bördo du bist einfach nur kacke und deswegen schicken wir dich auch in die wow, 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 alter krieg dich ab, Mann kicken 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 das Ballers aufs Tor und dann äh, fragt sich äh, was soll das ist der Torwart Scheiße oder wie so hält er jeden Ball soll das ist jetzt nicht Beleidigung für alle anderen Tor die die Torwart sind das ist jetzt für die keine Beleidigung okay so, Gott, der Torwart ist richtig doof hier, der hält jeden Scheiß Ball der hält, hält fast jeden Scheiß Ball außer die, äh, sind Spezialschutz steht der Schubdomen hält den Spezialschutz nicht sogar ich hätte den gehalten wo ich's nicht machen könnte so, komm komm, letzte Tor, Fak ja, 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 schiebt zwar heute Luigi, und ja, 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 joshi und es gab ein äh tolles Kunststück gezeigt, er ist auch den Fußball balanciert oder gelaufen wie auch toll als nächstes gegen Mario und dann gegen Daisy und dann ist so Schluss beide so Mario, du kriegst auch heute ähm, du kriegst auch richtig, äh, fett in die Fresse ne, wir machen nicht voll alle deinem scheiß Blick schieß nicht bis ans Ende der Welt oder vielleicht auch bis zum Mond wir sind in der, keine Ahnung, Arena ich rate mal ne, keine Ahnung ich weiß nicht ich hab den Namen nicht gelesen oh, das war cool oh Gott Junge so, 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 babam bam was, das, 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 das nicht fair, Mann das ist nicht so stürmen Städten nein ja toll Dankeschön so Mario gegen Joshi spektakuläres Match und Joshi Kretschmann bisher ist der Schiedsrichter bescheuert sie sagt nicht dass es ein Foul war keine Ahnung ein wer ist jetzt rote Karte und dann wäre er kamen raus der Hammer wurde hier aber die sei es erlaubt die Kanzel kann sie die Kanzel kann sein ein paar in die Elektro-Wand Marius so scheiße er hat sein erstes Tor geschossen um gesteckt steht 0 zu 1 vor uns für sie mich verkehrt zu zweit 0 2 Alter Kriegste Bombe in ein Scheiß Face jetzt kriegst ja haben geht doch ich dachte schon wir verlieren hier ja aber das darf nicht sein Marius soll ein da war es war der Prozent star dieses Spiel zu werden soll trotzdem verlieren Gott hat die Kanzelgenauigkeit Ohr super er hält einfach jeden Fall ein ach Mario sie sitzt er überhaupt mehr sie sitzt er seine Eintens nicht Teams nicht ein ist so stark im Panzer Marius Baller noch einfach der Scheißding ins Tor und dann so bald zufrieden geht doch ein Pfostentor hat es hätte so von ihr erwartet ich erinnert 3.000 Schüsse gehen der 3.000 Schüsse daneben einmal 3.000 mal daneben schießen wirtschaftlich nicht ja meine Aussprache ist ein bisschen doof und mein Husten ist weg ja mein Husten der ist jetzt nicht mehr so schlimm BAM JA MAN LATTE UNT TOR ooooh er ist die Latte warte hier nochmal er ist die Latte getroffen und dann ins Tor sooo Lackaffe weg mit dem Teil wieso wieso denn wieso man ist ein Pfosten in hier noch mal nochmal mein Gott ich will diese Kacke machen ooooh nein 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 ich drücke doch schon mit Y-Klopp wie verrückt aber er will einfach nicht und jetzt 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 ist eine gute Aktion jetzt aber komm schon oh Mario wieso versaust du es denn wieso versaust du denn dass wir ein Tor schießen ey okay ich hab so ne tolle ich hab so ne tolle Chance gehabt ins Tor zu schießen nein Mario kommt und stellt sich hin wie ich es war so ein schönes Tor gewesen ähm mit der Arsch muss ich auch unbedingt ins äh in de Pam äh ähm äh vor uns stellen und kriegt dann die Ball in die Fresse ja so Daisy dich machen wir auch noch alle vor also dann nach dem Match gegen Daisy war es das heute dann auch für heute okay so oh nein nicht schon wieder in einer D-K-Arena oh nein fuck you bro und du du scheiß Torwart sollst uns hier nicht die Tour versauen oh oh dankige danke Yoshi soll jetzt drauf ziehen man zieh du ach man mein Gott oh sogar der sogar der Stachipanzer trifft ihn nicht doch er hat ihn getroffen oh wieso wieso der wieso schießt du mal Trostenmann ja auf zu heulen man Daisy das ist ebenso so und geht doch Pfosten Tor Alter Leiser wohl so langweilig wenn ich hier andauernd im dauern Pfosten mache also dem Pfosten Treffe also das seitliche Ding am Tor ich habe mich schon ein bisschen aber muss ja nicht sein so jetzt leck mich da du Arsch schießt so ich werde verrückt wieso krieg ich denn nicht so ne Scheiße hin das ich nur auch einfach mal zeigen wenn das sie macht oh Todalter so voller Harte ne mein Gott schießt 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 ja ich musste dann reinrennen sonst hätte ich die Bayern schießt schießt du sollst sich zurück passen du sollst sich zurück passen o so das sollte nicht passieren das auch nicht das auch nicht o o Mann ich will ich will ich will einfach nicht was so Daisy kriegt eine Bombe in ihre Fresse dann schießen wir ein Tor schießt 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 das Spiel ist gleich vorbei das Match ist gleich vorbei da müssen wir noch ein paar Tore schießen schießt ich kenne ich werde kommen noch Spezialschuss noch Spezialschuss kommen ja ah ah ja man oh Yoshi geil geil Aktion Mann so haben wir noch zwei Tore ähm dazu gezählt bekommen dann noch toll tolles Tor machen doch nicht schau mal nicht mehr schau mal nicht mehr und damit ist es auch schon vorbei hm 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 2 Leute da ja und hier nochmal die schönen Tore hm ja wir haben 4 Tore geschossen super so so das war es jetzt nehm ich auch so wir bleiben erster ja wir wollen beenden dann würde ich sagen wir beenden diese ich beende diese Game Runde für heute ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns bei der nächsten Game Runde tschau 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 Vielen Dank.